Wir spielen ja immer noch Bombe. Unser Metall oder Salz und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wie, du hast schon wieder was kaputt gemacht, Seraphina? Ja, wieso? Ich? Du! Nee, wo bist du? Wo sind wir ein Profi ran? Dann geht er. Ja, ja. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja. Da steht Runde 1 von 4. Das kann ja schon nach 3 Runden vorbei sein. Aber es kann ja auch nach 5 Runden vorbei sein. Kann auch sein. Es kann auch schon nach einer Runde vorbei sein, wenn Ubisoft meint, jetzt ist das Spiel aus. Da wirst nur du ausgeschmissen. Nee. Wir müssen eine Bombe aufschmieren. Überkreuz. Dann gucke ich jetzt keiner. Eins oben. Sei es nix bei dir. Die haben Tachanka. Die haben Tachanka. Der ohne hat eine Bombe lokalisiert. Und Eko auch. Der sitzt schon in der Ecke und wartet. Ach, blöde Kante. Der hat da einfach schon in der Ecke und wartet. Worauf wartet der? Weiß ich nicht. Der sitzt hier fest in der Ecke. Kapkan haben sie als Feinsteller. Kapkan. Mir macht Tachanka mehr Sorgen. Ich wechsle das Magazin. Wie er da am Fenster hängen runterplumpst. Ja, Kite hat ja auch zugeschlagen. Nachschlagen! Wolltest du hier Bad reinfüllen oder so? Um Bad ist... Nee, Bad kannst du rumeiern, wie du willst. So Bad will ich nicht. Die anderen Fenster gerne, aber nicht Bad. Da war's, ich will da nicht rein. Warum? Der OP nicht rein will. Will wer denn entschärfer? Hast du dich wieder D gedrückt? Ich mach den Stacheldraht kaputt. Elektro-Kalle kaputt. Wie der Stacheldraht hat er überlegt? Da haben drei Leute drauf geklaut. Ah, ich kann gar nicht ans andere Fenster. Zugangssperre zerstört. Zugangssperre. Zwei Stück davon. Scheiße, wir müssen einfach mal los. Ja, hier unten ist mein Name. Ich geh mal zur Vigil. Vigil ist tot. Oh, der arme Kerl. Der liegt nicht hier unten. Was ist denn da los? Das war... Ja... Echt, glaub ich. Sieht aus wie Hammer, Mann. Kapkan ist tot. Ja, dann war der erst 50-50 aus. Hammer im Büro ist noch jemand. Büro noch Eko. Kein lag auf dem Boden. Oh, nö. Eko-Büro. Der liegt draußen. Kannst du wiederholen, Seraphite? Oh, nee. Du brauchst doch bloß hinten durch die Tür gehen. Oder durch das Fenster ist offenbar. Jetzt nicht euer Ernst. Da oben hoch. Dann schwenkt sie dich da oben durchs Fenster. Keine Drohnen mehr da. Was da? Ja, genau. Ich muss jetzt was machen. Mach mal was. Zwei Kapkamin sind schon weg. Drei Gegner sind offen. 25 Sekunden. Respekt jeder Anruf. Es bleiben noch 15 Sekunden. Ich bin da nicht rein. Nimm doch das abgeschoben. Eigener Trub wurde eliminiert. Da kam ich trotzdem nicht rein. Weil irgendwie konnte ich mich nicht reinschwingen. Das hatte ich am Freitag auch. Vorhin hat es funktioniert mit Sophia und mit Fius. War es ja auch direkt da in der Mitte und das Fenster nach zu. Ja, aber ich konnte auch nicht drüben reinschwingen, weil ich auch drüben gegangen bin. Ganz drüben war es zumindest bei mir nicht. Nee. Du warst immer noch bei dem geschlossenen Fenster. Deswegen nur unten. Oh, schluss. Shit, mein Sch... Ich würde mich einfach unten reinhallen. Ich kämpfe mich von unten nach oben. Ja, letztens hast du schon entschärft. Jetzt müssen wir die noch reinbringen, um alles auch rauszuholen. Ja, nö. Will ich gar nicht. Das Ganze alleine. Empfang sauber, empfang sauber. Ja, hier. Das war ein Sprung. Ah, wer war denn das? Das war ein ganz unbegriffen... Kerchenmann soll das sein. Das ist Kerchenmann. Links ausgaben. Ja, aber das ist der Sinn, ne? So, jetzt ist Fenster hier offen. Brauch, Frost haben sie auch. Kannst du dich von... Jawohl, komm gleich hier rein. Ah, hier ist ja jemand. Vigil ist tot. Ist da noch wer? Weiß nicht. Ich lebe noch, also eher nein. Ich bin neben dem Reim geschwungen, der hat es nicht mitbekommen. Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Luke ist oben zu. Liegt der Entschärfer draußen? Nee. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ganz sicher oben, ja? Nee, die sind beim Automat, aber ich wollte hier rein. Das geht auch schief. Kapkan haben sie. Vorsicht, Kapkan, Mino und Frau Frost machen. Schreiben, Klasse, irgendwer kommt die Treppe hoch. Das ist Mute. Ach, Scheibenklasse, ich hab's nicht gemerkt. Zu spät gemerkt. Ich bin bei dir. Klappe hoch. Willkommensmatte zerstört. Oh Gott, wenn der jetzt Küche reinkommt. Frau Frost, hab ich. Müsstest dafür bekommen. Okay, Mann, äh, Stöße, der Mann soll noch bei mir sein. In der Etage. Er ist hier irgendwo bei mir. Bei dir, ja. Er ist auf jeden Fall die Treppe hoch, wo du hoch bist, MG. Okay. Tschüss, ich meine. Upsa. Kapkan und Fragezeichen noch. Oben ist noch einer. Also. Ja, da ist der Mann. Ja, fast dort. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Da ist der Mann oben. Und zwei bekommst Matten maximal noch. Flug jetzt offen. 20 Sekunden. Nur noch ein Gegner übrig. Er ist im Gang neben deiner Drohne. Hocker neben deiner Drohne jetzt rechts, Tür. Gut. Danke. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Der hat da rumgestapft wie so ein Elefant. Das hab ich nicht gehört. Fuse bringt den Kerchenmann um. Und der Bug den Kapkan. Er hat die Juke aufgemacht und dann sein Kopf rausgesprungen. Das Beste war Vigil. Das Fenster neben ihm explodiert. Ich schwinge rein und er kriegt's überhaupt nicht mit. Ja, und du bist dann hoch und ich bin von Mute erschossen worden. Und der hat nicht mehr viel. Hat aber nicht mehr viel gehabt. So, jetzt zum ersten Mal Lesion mit seinen komischen Minen. Aber Smoke war auch gut. Der konzentriert sich auf mich, wenn ich dann nicht mehr da oben muss. Vor allem, du hast ja vorher schon mal reingefused. Das war zum Automaten hin. Automat und Fenster. Äh, welche? Die zu. Gelber pink zu. Den Rest auf. Dann lass mich mit meiner Kurskarte. Ja. Wir kommen es an Ziehmatten. Warum hast du Angst, dass dir einer klappt? Wartung, die Gegner haben eine Bombe gefeuert. Nö. Du willst Funke, sag das. Ja, aber ich will nicht, dass der Gegner einer anzieht. Zehn Sekunden noch. Nur ein kleiner. So, klackt das mit dem, den ich nicht mehr sieht, ey. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf einzig Aktion und vorbereiten. Die haben IQ. Oh, das ist nicht gut für Lesionen. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die haben auch noch Termin. Glas auch, okay. Die Wand ist gesichert. Dann gehört. Zeit für eine Wohnungsrenovierung. Verschwinden die Minen einfach so ein, Scheiß. Oh, ist schon eine Tür zu. Platziert. Kommen bei mir hier Automaten-Einsatz und Fenster. Okay. Hier ein P-Mann. E-P-Mann. E-P-Mann. Gleis am Gamping. Fenster. Gleis habe ich. Das Fenster gegenüber Automat. Ja, hier kommt eine Drohne rein. Hat jetzt eine Gummine. Drohne habe ich, aber, äh... Ach, Scheiße. Hier rennt noch jemand anderes außer Mira bei uns. Noch eine Drohne bei mir. Hier ist jemand, glaube ich, nebenan, Hauke. Hier ist jemand ganz nah am Gegner. Ich glaube nicht, dass du das bist. Äh, E-P-Mann läuft, glaube ich, jetzt runter zu euch. Wendeltreppe oder wo? Ja. Das wird ziemlich schnell. Ja, aber der hat nicht mehr viel. Aber der ist an der Wendeltreppe. Happen. E-P-Mann. Aber hier bei mir ist noch einer oben. Okay. Bei der Garage ist noch jemand gestorben. Garage bei Hauke hier. Claymore steht. Claymore steht, Hauke. Vorsicht. Claymore gelber pink. Ich kann euch mit den Kameras nicht mehr helfen. Habe ich den Gemüse-Claymore-Aufsteller? War da jemand? Äh, Jana haben sie noch. Die ist hier bei mir irgendwo rein jetzt. Okay. Ach, IQ. Nur noch 15 Sekunden. IQ ist drinne oben. IQ ist drinne. Slow-Hot. 10 Sekunden übrig. Die ist links drin. Ein Gegner verbleibt. Links drinne, links drinne. Es bleiben noch 5 Sekunden. Die haben einen Entschärfer neben der Hauke. Gut, Claymore, Claymore. Nein, gut. Boah, starker Boden. Ne, der Entschärfer lag dazwischen. Das geht ja nicht. Trotzdem drumherum. Ne, das geht nicht. Der Entschärfer ist zu stark. Früher könnte man auf den Entschärfer draufklopfen, dann ging er kaputt. Jetzt soll Sprengstoff immer noch nicht wirken. Das wär's mal, wenn du den mit Nitro oder so kaputt machen könntest. Ich bin das erste Mal in einem Match mit Ulrichs hochgeklettert, eine Luke. Bist du ganz hochgeklettert oder aus dem Keller? Aus dem Erdgeschoss? Keller, Erdgeschoss. Was ist eigentlich, wenn gerade jemand die Luke runterspringt und du hochspringst? Wer stirbt denn dann? Keiner. Der mit mehr Gewicht. Also runter. Blöde war, blöde war, dass deine Drohne denn macht mit. Geh, halt, ich sehe. Geh, halt, Abstand halten. Geh, halt, ja. Drohne, Barge, da war doch eine Drohne. Doch nicht. Da ist eine Drohne bei dir. Absurd. Die haben so vier. Ja, genau. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Okay, du sitzt an der Kappkamine. Okay. Zeit effizient zu sein und ein bisschen faul. Seilt sich was hinter mir, glaube ich? Äh, hier, das Fenster, bitte. No, ja. Äh, geh weg. Was ist denn das? Oh, hast du ein Schwein? Jetzt nicht mehr. IQ auf dem Balkon. Okay, Balkon, hier, ich sehe sie. Geh, ich den am Fenster hängen und sie lassen mir das. Ja, dann schieß halt, ist egal. Habe ich ja, ich habe ja geschossen. IQ immer noch, Balkon? Wäre nicht gestorben, wäre es auch nicht schlimm. Auf dem Gang ist auch wer. Also vom Wendeltreppenhaus. IQ ist tot, IQ ist tot. Wendeltreppenhaus, okay. Wer meint es, wenn man fährt? Einer ist unter mir. Ja. Hm. Zu dick. Ich gucke mal in der Kappel. Ich mache jetzt zu. Da kommt er. Sichere die Tür. Ich kann ihn stören, Moment. Ich kann ihn stören. Keine lokalisiert. Erster Stock. Keiner klopft, kann ich ihn stören. Alle hinten rennen. Ein Doc stirbt, genau. Termin rennt weiter runter, er rennt weiter runter. Ja, Claymore hat er aufgesteckt. Claymore, 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 Claymore. Bis er reinhüft. Viele Möglichkeiten hat er nicht hochzukommen. Die andere Drohne hat die anderen Wege. Im Blick. Wenn du eine Treppe, du hast. Ich habe die Tür neben mir im Blick. Er ist reingerannt. Ich glaube es ja nicht. Er klopft sich unten die Tür auf. Ich glaube, er geht Garage raus. Er hat sich Holz aufgeklopft. Serafino, guckst du die OK-Drohne-Garage? Er klopft sich wieder was auf. Nach unten Haupteingang ist er. Unten Haupteingang. Garage ist ein Treppenhaus, ne? Nee. Der war gerade Lobby unten. Er kommt wieder Garage und Treppenhaus. Er ist gleich oben. Ich kann ihn gleich stören. Er geht jetzt an die Holztür. Ich störe ihn jetzt. Gut. Ein Schärfer. Ich spiele Echo ja nicht oft, aber ich spiele ihn, wenn ich ihn spiele, sehr gerne. Weil Yo-Kai einfach so extrem böse ist. So unsichtbar. Klar, wenn Yo-Kai gerade am stören ist, dann ist sie mal kurz ganz klar zu sehen. Aber ansonsten ist die Yo-Kai-Drohne sowas von fies. Und sie stört auch noch so extrem lange. Dieser Effekt teilt viel länger an als der von Sophia oder Ella. Das ist einfach so böse, wie stark der ist. Gehört eigentlich schon längst abgeschwächt. Ubisoft. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.